Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich habe mir mal wieder ein bisschen was überlegt für die diversen Puzzleteile, die ich hier noch habe und werde mal schauen, ob ich das jetzt quasi in einer schnellen Zwischenfolge hier mal machen kann. Achso, hier muss ich mir erst mal den Schlüssel holen. Und zurück. Durch die Tür durch. Zack, zack. So. Ähm, hier muss ich mal gucken. Nee. Hier irgendwo noch ein Teil vergessen. Eigentlich so, grundsätzlich. Eins habe ich geholt. Bis da drüben habe ich auch geholt. Nein. Nee, hier habe ich keins vergessen. So, dann laufe ich mal zurück. Äh. Äh. MMM. Spule ich mal ganz schnell zurück. So. Weil ich nämlich glaube, ich brauche dieses Viechi hier. Allerdings. Frage ich mich, warum das Viechi hier nicht runterfällt. So. Äh. Das kommt hier so hin. Und das kommt hier so hin, würde ich sagen. So. Ähm. Hm. Kann ich das Viechi da nicht irgendwie runterlocken? So. Hm. Viechi, kommst du da runter? Nee. Viechi kommt da nicht runter. Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch da vorne noch was verpasst. Wenn ich hier jetzt hingehe. Hier habe ich aber alle drei Stücke gesammelt. Hä? Alles gesammelt. Alles gesammelt. Alles gesammelt. Alles gesammelt. Was soll ich sagen? Hm. Hm. Wolle Welt zu den Wolken gehen. Was ist hier? Ach ja. Ähm. Ähm. Da diese kleinen Viecher ja als Trampoline fungieren. Ne? Wenn ich da drauf springe, dann springe ich höher. Zwei. Drei. Okay. Jetzt kommt wieder so eine Timing-Frage. Habe ich aber geschafft. So und so. Komm. Den letzten kleinen Griesgram. Zack. Neues Stück. So. Hier muss ich hoch. So. Hier muss ich hoch. Ah. Ah. War nicht weit genug. Warte ich den nächsten noch ab. Wunderprächtig. 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 Lauf zurück. Lauf zurück. So. Dann habe ich nämlich auch das Stück. zurück. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. War das hier? Ne. Okay. Das war. Ach. Das war. Das war hier. Meine ich. So und so. Hier hoch. Hier kann ich nämlich jetzt drauf stehen. Es war nicht so klug, dass ich das kleine Viech hier jetzt umgemoscht habe. Das muss ich also nochmal machen. Ohne das Viech umzumoschen. Und jetzt. Äh. Werde ich dieses Stück. Dieses Stück hier hin tun. Ja. Aber warum? So. Gehst du dann runter? Bist du jetzt runter? Immer noch nicht. Er muss ja eigentlich nur einmal rüberlaufen und runterfallen. Tut er aber nicht. Warum tut er das nicht? Hm. Kann ich die wieder auseinanderpflücken irgendwie? Weil ich bräuchte es ja schon, dass das kleine Viech da jetzt irgendwie runterläuft und runterfällt. Aber er dreht da immer wieder um. Also muss ich nochmal zurückspulen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die beiden Puzzleteile zusammengesetzt habe. Weil vielleicht, wenn einfach kein Ende da ist... Oh nein! Oh nein! Oh du sollst doch hier runterfallen. Ich brauch doch meinen Krombolin. So. 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 Amen. Jetzt habe ich dieses Stück. Und jetzt möchte ich tatsächlich... Wie und vor allem wo könnte das denn hingehören? Hm, es gibt keine Option, das wieder auseinanderzureißen, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Tja... Tja, 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 wie gehört das denn jetzt? Also hier sehe ich einen Arm. Ich würde mal gucken, dass das da reingehört. Hört der ganze Zinnober dann vielleicht irgendwie... Eher so. So. Hilft mir jetzt aber noch nicht mit dem kleinen Viechi, das ich brauche, um von unten abzuspringen. Und das tut mir darüber hinaus leid, dass ich so wenig rede, wenn ich denke. Aber als Mann ist es nun mal sehr schwer zu denken und zu reden. Oh. Aber so funktioniert das. Jetzt muss ich das kleine Viech hier nur dazu bringen, dass es hier vorsteht, während ich... Nein, kommt zurück. Das machen wir nochmal. So. Jetzt habe ich hier nämlich auch alle Puzzleteile. Ich kann mir das Puzzle hier hübsch hinsetzen. Das Teil kommt hier hin. Da fehlen noch zwei Puzzleteile. Ich denke, die werde ich dann in einem der anderen Levels kriegen. Zu den Wolken gehen. Jetzt habe ich nämlich nur noch hier hinten... ...den Sinneswandel offen. Das mit ihm einfach runterfallen, das lassen wir mal sein. Ich muss früher abspringen. Oh Gott. Ich muss genau auf dem kleinen Knilch drauf landen. Das war zu früh. Das war auch zu früh. Das war zu früh. Das hat überhaupt nicht gepasst. Oh je, Mini. Da habe ich das fehlende Puzzleteil. Na? Jawoll. Und noch ein Puzzleteil geschnappt. Plopp. Plopp. Damit dürfte ich eigentlich hier alle Puzzleteile haben. Zu den Wolken gehen. Zurück zum großen Puzzle. Nein, das ist hier nicht. Das ist hier. Vier. Zwei. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Jawoll. Dann komme ich direkt zum Puzzle. Und kann mir hier mein erstes Bild... ...zusammensetzen. exemine. Ta-da. Ein Puzzle. WHATS GR Laws Wunderbar. Sehr sehr schön. Jetzt kann ich die aktuelle Welt verlassen. Zu den Wolken gehen. und habe die zweite Welt vollendet. Ich danke für die Aufmerksamkeit, zockt viel, zockt schön und Tschüss!